Was ist dein richtig auffälliges Outfit? Was ist heute dein Motto? Jungfräulich, blau. Unschuldig. Ich möchte den Sommer bringen. Ich habe ein wunderschönes Schäckmühkleid an, ganz viele Blumen. Sommerlücken? Immer, immer. Auch im Winter. Du hast dir recht Mühe gegeben. Alle denken das, aber nein. Im Leben musst du dir einfach vertrauen. Mit dem Flow gehen wir in den Ferien. Dann sind wir in den Laden reingelaufen, haben die Sachen gekauft. Irgendwann sind sie so, wenn wir nicht so an die SMS gehen, dann haben wir es erledigt. Ich bin zu Maroni Vintage und habe gesagt, hey, do your magic. Und das ist einfach alles Vintage Magic, würde ich sagen. Die Krawatte ist noch von Ibi Leather. Ganz ehrlich, es ist mehr, dass ich einen schwarzen Anzug und einen schwarzen Hemd und ich brauche eine schöne Jacke. Das ist eigentlich so der Papst, würde ich glaube auch so kommen. Der Papst. Der Papst. Der Papst. Ich möchte euch ganz kurz erklären, was ihr jetzt da genau an habt. Ja, wir haben ein Sennachuttal, oder? Wir sind ja Bergbüren und wir stehen dazu. Das ist aus Ghana. Die Schuhe sind von Rubirosa. Der Anzug ist geschneidert in Bern bei Anyline. Der Hut ist von Oxblatt. Aber es war für dich klar, du willst möglichst gut aussehen für die SMS? Ja. Das sind die SMS. Das ist eines der grössten Musik-Events der Schweiz.